Leute, herzlich willkommen zum dritten Part Left 4 Dead und ja, letztes Mal haben wir hier auf dem Truck aufgehört und ja, ich hab hier den Sound angepasst, also einen kleinen Tick laut gemacht, da die letzte Folge doch ein bisschen leise war und ja, ich hoffe mal, dass es jetzt passt und nicht zu laut und nicht zu leise ist Ja, liegt hier noch was, was ich mir tun kann? Nee Ah, da kommt schon der erste Smoker Cool Krieg ich eigentlich Schaden? Nö Gut Dann geht's wohl hier hoch Oder geht's hier lang? Äh, ne Da lang Kann ich hier drüber? Ah, ok Ja, hier wird geschossen, wie verrückt, denn ich sehe Kein Zaun wie hier in dem Gebüsch Ok, kein Monizon mehr, das ist gar nicht cool Liegt hier was? Ok Ok Hatte Ey, Jockey, hau ab Stopp Gut Ähm, dann würde ich mal sagen Ich würde sagen, hier geht's weiter Da, da, nein Aber ich guck mal, ob hier im Gebüsch noch was drin liegt Ja, hier, ein Kanister Ja, hier, ein Kanister Wo ich einfach mal mit Tue ich dir sonst noch irgendwas Da ist ein Stein Cool Hallo Ne, brennt alle Ja, oh nein, ok Ich habe gedacht, da wäre ein Jockey Stück Ist hier an den Toiletten was? Nö Und nö Gut Dann geht's Jo Nein, warte, das bist du ja gar nicht Scheiße Mist Nein Abstand Ich habe gerade den Charger mit dem Typ mit der Händen verwechselt Äh, den Typ mit der Händen mit dem Charger verwechselt Das ist gar nicht mal so cool Okay, warte, ich muss mal sagen Einfach unnötig Molotov verschwendet Aber liegt hier noch was? Nö Gut Stopp Du auch Hm, nur Rauch und Bombe Ähm Okay Okay Stopp Abstand Ich würde gerne wissen, wo die alle herkommen Ich mein Okay Hier ist eine Stadt So ein Haus Okay Hat sich geklärt Oh Gott Hilfe Mir ist aufgefallen, ich schieße mich auf meine Verbündeten ab Adrenalinschuss hier Ne, oder? Habe ich Adrenalin noch dabei? Ja Was bringt der da eigentlich? Oh, kurzzeitig bisschen mehr Leben, wie es aussieht Und ich bin schneller unterwegs Okay Oh, ne Okay, was euch Genau, du hast die Tabletten, also okay Ähm Ist das ein Einschuss? Ne, drei Schuss, okay Und eine bessere Schrohrflinte, wie es aussieht Na, ich würde dich rohrflinte mit Gut Dann geht's hier weiter Da wartet schon Charger Gut Soffen alle da rein und sterben hoffentlich Oh Gott, Abstand Oh Gott Bist du ein Hunter? Ja, weißt du Dann geht's hier runter Und Ich kann mich, okay Kann mich kurz nicht bewegen Kann ich hier rein? Nö Ähm, und ich habe auch eigentlich keine Ahnung wie lange ich aufnehme Dadurch mal ein gutes Zeichen Hallo Oh, hier oben Oh, ich denke mal, ich nehme gerade so drei Minuten auf Hier Stopp Oh, das fällt automatisch Das ist cool Und ich blieb mir so cool weg Ja, die Schrohrflinte gefällt mir Geht's da oben weiter? Gott, nicht Ne Gott, wie viele Chargers kommen denn hier bitte? Und wie oft werde ich getroffen? Okay, ich heim mich mal Moment, muss heilen Und weiter geht's Der Waffenladen ist gleich da vorne Alles auf Und stoppt alle Okay, Abstand Okay, was geht hier? Ähm Punt Munition Okay, nehme ich gerne Oh, ich jetzt Feuerschaden? Ähm Testobjekt Feuerschaden Keine Ahnung Oh Gott Ah, da liegt ein Katana Das werde ich gegen die Kette sehr getauschen Komm her Oh Gott, Hilfe Nein Uff Okay Dankeschön Alice So Oh Gott, hat er mich erschrocken Da ist ein Tank Auch einer der stärksten Zombies Mit der Witch Mit der Witch Ich glaub, vielleicht ist er sogar stärker wie die Witch Bin mir ganz sicher Auf jeden Fall ist er tot Der hat mir ganz schön Schaden gemacht So Und hier drin ist ein Granatwerfer Hier oben Granatwerfer Ne, ich glaub ich bleib bei der Shotgun Und ich glaub ich muss die Munition Aufstellen Aufstellen Und Ah So rum Einer für alle Errungenschaft erhalten Cool Kannister Kommt für dich verständlich jetzt den Kannister Wo wollt Ne Aber ich kann nur Schell Schmerzmittel geben Bitteschön Entschuldigt mir was Entschuldigt mir was Schnapp mir einen Schuss Adrenalin Okay Da dumm, da dumm, da dumm, da dumm Wittaker's Gun Shop Gott, der Sound so komisch ist Okay, ich rufe und sie gefällt mir Die ist cool Und Ja, Feuer geh weg Oh, scheiße, Mist Okay Ich glaub wir müssen in den Gun Shop Oh, ne ich hab alles drauf So Stopp Ähm Ja Geh einfach mal rein Und hier sind sehr viele Coole Waffen Schnapp mir Verbandsteug Gefällt mir So Welche Waffe hol ich mit Lass mal testen Nein Also zielen kann ich Kann ich zielen? Nein Kann ich uns die Z Nein Ähm Okay, ich stecke Halt, danke Äh, ne ich glaub ich kann nicht später auch verzielen Und wenn doch, dann bin ich grad zu dumm, um das herauszufinden Die ist vollautomatisch Und ne AK Was gibt's besser aus wie ne AK Okay, ich teste jetzt einfach mal alle Waffen durch Dann entscheide ich, welche ich wohl Die hatte ich grade gehabt Ähm Dann die Waffe Ähm Ne Ich hör zu Ähm, gibt's noch irgendwas wie eine Waffe die ich nicht getestet hab Die hatten wir schon Die hatten wir auch schon Und ja, hatten eigentlich alle Ich glaub ich hol die AK mit Guck mal noch eine Munition Und Okay, ich guck noch was hier drin ist Noch mehr Munition Schrotflinten Und OCS Okay Hm Ne, ich glaub ich bleib bei der AK Und Glaub mir noch bisschen Adrenalin Und Und Hallo Ich hab mich bevor Und noch den Datser warikaniert Aber Hab leider Cola vergessen Mein Handbuch Wenn ihr hier aus dem Laden Und Cola besorgt Mach ich euch den Weg zum Einkaufszentrum frei Hab noch nie Futterholen Zombies gekillt Aber einmal ist immer das erste Mal Das stört dich doch nicht, dass wir sie mit deinem Waffen anmelden Ich bin kein Mann der beim Mord bricht Ich würd's verhandschlag besiegen Okay Es sieht so aus, als müssen wir Cola kaufen Beziehungsweise klauen Dann Okay Leerer Raum Entscheint Äh Ja Aber ich würd sagen Bevor wir hier die Cola holen gehen Wern ich hier oben den Part Und Danach Also im nächsten Part gehen wir dann Den Tankwagen zerstören Und die Cola da klauen Ja Wenn's euch gefallen hat Lasst die Bewertung da Würde mich sehr freuen Verbesserungsvorschläge sind auch gern gesehen Und Bis zum nächsten Mal Ciao